Musik Hi Guitarreros! Heute gibt es wieder ein Video von einer Siggy Braun Custom Gitarre, mit der ich euch einen kleinen Sound Eindruck geben möchte. Dies ist die sogenannte Golden Angel Wing, eine von Sigys überragenden Mörderaggregaten, die ich, seit ich sie zu Testzwecken habe, wirklich nicht mehr hergeben möchte. Ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch die Zeit, besucht Siggy Braun Fine Young Guitars in Göppingen, schaut euch an, was es dort gibt. Okay, let's start! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine von Sigis überragenden Mörderaggregaten Eine Gitarre, die ich Haben will!